Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Politik Simulator 4, entschuldigt, leicht verhasst Bild, mit Power Evolution und dem Römischen Imperium und Cesar Augustus und mir, dem Alte. Ja, und heute quasi dem zweiten Teil direkt anschließend des Statistikparts, denn wir haben es tatsächlich in Folge 100 nicht geschafft, alle Statistiken einmal abzuhangeln, das waren tatsächlich leicht zu viele geworden, aber ich möchte ganz gerne natürlich euch, weil ich es euch einfach versprochen hatte, natürlich alle Statistiken zeigen, deswegen müssen wir halt die Folge 101 nochmal drauf verwenden, ja, die nächsten Statistiken hier soweit fertig zu machen, wobei sind wir am Ende stehen geblieben, wir haben es noch geschafft, die Transporte hier durchzukriegen, also exakt die Hälfte der ganzen Geschichte, ja, und nun jetzt also heute folgend soll dann die zweite Hälfte und wir fackeln deshalb nicht lange, würde ich einfach sagen, beginnen dann mit der Bildung und schauen mal, wie es da so aussieht. Also Anzahl an Hochschulstudenten mittlerweile 4,2%, damit also auch wieder auf tschechischem Niveau und auch ungefähr auf durchschnittlichem EU-Niveau, es passt schon irgendwo tatsächlich, Anzahl natürlich dann in absoluten Zahlen, sind wir natürlich glaube ich ziemlich krass unterwegs, Sekunde hier, die Zahl der Spenden brauche ich, genau, so, hier, ziemlich krass unterwegs, ähm, nee, warte, das ist wieder das andere, das ist wieder die erste Grafik, okay, ja gut, da gibt es mir keine für die Grafik zu, Anzahl an Alphabeten nochmal gesunken, von 0,74 auf 0,69, also ist schon ganz gut, ja, Anzahl natürlich in Grund und Hauptschulen, das ist natürlich jetzt gerade stark variierend, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir hier immer wieder im Bau sind, dementsprechend will ich das gar nicht mal so werten. Was mir auch noch interessieren würde, wäre die Lehrerquote momentan, da sind wir doch sehr gut dabei, kriegen wir leider keine interessante Grafik dazu. Ja, prozentuale Wissenschaftler, hier können wir mal kurz reinschauen, sind wir mit früher Platz 22 gewesen mit 0,23%, mittlerweile mit 0,5%, Frau kommt auf Platz 20, also in Top 20, was die Wissenschaftler angeht, wenn wir mal gucken, hier sind wir ganz, ganz viele entlassene Gebiete, das heißt, der erste Staat, der jetzt nicht aus unseren alten entlassenen Gebieten kommt, ist Finnland, Finnland hat 0,63 prozentuale Quote, was Forscher, Wissenschaftler angeht, wie auch immer, heißt also, wir dürften sogar noch echt ein bisschen was an Wissenschaftlern einstellen, stelle ich gerade fest, ähm, ja, im Bereich der Forschung, ja, das lasse ich mir, glaube ich, dann später nochmal erzählen, ich glaube, wir werden dann gleich noch ein paar Wissenschaftler einstellen gehen, sieht ihr, wenn man solche Testing sich mal durchzieht, ne, dann kann man da schon mal durchaus was machen, ja, Anzahl der Lehrern, Anzahl der Zahl natürlich massiv angestiegen, von daher passt das soweit, ich denke, ansonsten haben wir jetzt aber, glaube ich, auch nicht was, was ich noch machen müsste, das heißt, wir gehen direkt weiter, und zwar in die Forschung und dort, also, wie gesagt, dürfen wir sogar ein bisschen was einstellen gehen, ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf 3 Millionen Wissenschaftler hier, dann machen wir daraus nochmal eine runde Zahl, so, zack, 3 Millionen, dann gibt es da nochmal ein paar zusätzliche Wissenschaftler, dann passt das soweit, so, registrierte Patente sind wir momentan schön angestiegen, von 3.700 auf 4.800 registrierte Patente pro Jahr, befinden wir uns damit tatsächlich auf Platz 7 der, äh, Entwicklungs- und Erfinderungsreichsten Länder, die es so gibt, früher waren wir übrigens Platz 9 gewesen, mit 3.000 Patenten, jetzt, also, wie gesagt, 4.800 Patente und jetzt vorgibt auf Platz 7, weil ich sagen muss, da dürfte eigentlich noch ein bisschen mehr geben, wenn man eigentlich bedenkt, dass wir, ja, schon eigentlich müsste unser Anspruch sein, technologisch auch relativ weit vorne rumzuschwirren, also zumindest nochmal Top 5 müsste es eigentlich sein, also, da, ja, da müsste noch ein bisschen was kommen, ja, doch, also, in Sachen Wissenschaft, da muss ich doch noch ein bisschen was tun hier, das passt noch nicht ganz so, das müsste noch ein bisschen besser gehen, Anzahl der Nobelpreise, zwei Nobelpreise haben wir nochmal dazu gekriegt, jetzt hier auf 25 sind wir jetzt hoch, 25 Nobelpreise, wir waren früher bei 20 Nobelpreisen, jetzt also 5 Nobelpreise seitdem gekommen, ja, ähm, weiter im Platz 7, ja, also tatsächlich, ein bisschen vernachlässigt den Sektor, habe ich hier, glaube ich, im Bereich der Forschung, da hätte durchaus noch mehr gehen können, ich habe, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu viel Wert auf Militär gelegt, ein bisschen zu wenig hier auf diesen Forschungsentwicklungsbreit, beziehungsweise habe ich mich auch sehr viel jetzt auf die Bildung konzentriert, um erstmal die grundsätzliche Bildung zur Verfügung zu stellen, aber im Bereich der Forschung, da müsste echt noch mehr gehen, also, ich glaube, da ist mit diesen 3 Millionen auch noch nicht getan, da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen was machen für, da müsste noch mehr kommen, so, dann haben wir die Bildung durch, dann geht es weiter mit der Weltraumforschung, gut, da muss ich, glaube ich, nichts großartig erwähnen, da haben wir jetzt auch nicht viel gemacht, ne, da gibt es auch tatsächlich nichts, was man irgendwie großartig anklicken müsste, machen wir direkt weiter mit der Kultur, sparen wir uns ein bisschen Zeit, so, Kultur, Freunde, komm mal rein, Kulturbudget bei uns, ein bisschen gesunken im Schnitt, 0,68 Uhr noch, aber ich denke mal einigermaßen gleichbleibend, haben eh das Kulturbudget wie Japan, von daher passt das schon. Veröffentlichte Bücher kann man hier nochmal schön sehen, also, früher wurden 350.000 veröffentlicht, das sind mittlerweile 530.000 veröffentlichte Bücher pro Jahr, also die Leute schreiben schon relativ viele Bücher, da kann man ganz kurz gucken, oh ja, tatsächlich am absolut den höchsten intellektuellen Output auf der Welt, also früher Platz 7 mit 32.000 hinter Russland vor Südkorea, was den Output angeht, mittlerweile, also absolute Dominanz hier, 530.000 veröffentlichte Bücher pro Jahr, damit unangefochten Nummer 1, also die größten Literaten der Zeit, Freunde, die leben in Rom, also wie früher quasi, also läuft schon ganz gut, auch die Filmproduktion haben sich fast verzehnfacht, früher 1600 Filme aus Rom gekommen, jetzt sind es mittlerweile 11.500 Filme pro Jahr, Tendenz auch hier weiter stark steigend, können wir ganz gucken, ach, du Geilige, also früher mit 104, 134 Filmproduktionen im Jahr, Platz 5 gewesen, jetzt mittlerweile also Platz 1, 11.000, wir machen das zehnfach einfach der USA, also kulturelles Zentrum der Welt, einfach wie wir einfach die Kultur überfluten, ich sag euch, die Leitkultur, die neue Leitkultur, das ist nicht mehr die amerikanische, das ist auch keine irgendwie asiatische oder so, keine indische, keine chinesische, die Leitkultur der Welt, Freunde, das ist die römische mittlerweile, das ist krass, Freunde, das ist krass, aber freut mich, finde ich geil, finde ich wirklich geil, also das ist schon, das ist schon gut geglückt, Freunde, das ist schon gut geglückt, allgemein muss ich sagen, ist so ein bisschen kultureller Sektor, beziehungsweise Ausgaben für so kulturelle Geschichten, finde ich immer eine Ausgabe, die man, denke ich, nicht vernachlässigen sollte, also so Kulturausgaben sind, denke ich, schon wichtig, also damit kann man auf jeden Fall auch, ich glaube, das ist auch ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, dass man es nicht vernachlässigen darf, ich glaube, das wird momentan eigentlich auch ein bisschen vernachlässigt, also in Deutschland geht das noch so ein bisschen, glaube ich, aber auch hier können wir eigentlich mehr Ausgaben, so im Bereich Kulturbudget, glaube ich, nochmal machen, weil das sind so ein bisschen, ich sag mal, weiche Faktoren innerhalb so, wenn es um politische Macht geht, ist so ein bisschen die Anerkennung auch über halt dieses kulturelle Ding, ist schon so ein Punkt, das ist so ein weicher Faktor, der wird häufig unterschätzt, finde ich, und ja, also klar, natürlich bei den Amis ist das halt im großen Stil, also wir alle sind ja dann doch schon sehr amerikanisiert, auch einfach aufgrund so rein systemischer Geschichten und so, aber ich denke, man kann einfach aufgrund so kultureller Geschichten und wenn man da ein bisschen Geld reinprüft, ich glaube, man kann da schon viel machen, auch was das Ansehen, was Standing einfach im Ausland angeht, so, darüber kann man sich halt schon stark definieren und kann man auch, kann man auch tatsächlich zumindest einen Einfluss auf die öffentliche Meinung in anderen Staaten über einen selbst, kann man dadurch schon ganz gut gewinnen. Ja, also ich denke, das geht schon mal ganz gut darüber. Ja, und also da, denke ich, da könnte man tatsächlich noch ein bisschen was machen, jetzt nur mal so kleine Seiten Gesellschaftskritik an dieser Stelle oder Regierungskritik oder was ich, wie man das jetzt fassen möchte, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Punkt, da sollte man, das darf man nicht nur schätzen, da dürfte durchaus mehr gehen. Gucken wir uns jetzt auf den nächsten Bereich, wir sind jetzt im Bereich der Medien, haben TV-Stationen insgesamt, äh, 358 TV-Stationen, das sind noch genauso viele wie früher tatsächlich, also ich hatte nichts getan, früher waren wir mal Platz 9, jetzt sind wir Platz 9 an der TV-Station, das ist jetzt nichts getan, TVs pro Bevölkerung ist aber massiv gesunken, früher war es 0,4 Fernseher pro Einwohner, jetzt ist es noch 0,2 Fernseher, waren früher mal Platz 23, was angeht, jetzt sind wir Platz 97, gut, okay, aber, ja, keine Ahnung, braucht man jetzt auch so viele Fernseher, also das heißt, auf einen Fernseher auf fünf Personen Haushalt, heißt Vater, Mutter, Kind, äh, Vater, Mutter, drei Kinder, ist ein Fernseher und bei uns sind drei, übrigens drei Kinder eher das gängige Modell, wahrscheinlich haben wir eher vier Kinder, glaube ich, montan so, pro Familie, von daher ist das, äh, ja, doch, das passt aber schon, das denke ich, glaube ich, mit unserer Bevölkerungsstruktur so ein bisschen zusammen. Zahlt und gleich wie die Anzahl an Internetnutzern, ja, 100% ist halt auch von einfach an gleich, durchschnittliche Internetbrandbreite ist noch ein bisschen angeschrieben von 93 Megabit auf 100 Megabit pro Sekunde, kann man ganz gut schauen, sind damit, ja, früher, weil wir mit den, achso, früher waren es sogar nur acht, ja, gut, die Statistik haben wir gelogen hier drüben, also früher war es tatsächlich 8 MB pro Sekunde mit Platz 46, jetzt sind wir, Freunde, bei tatsächlich 100.000er Leitung und damit sind wir tatsächlich im Schnitt, also der, ja, erst zweite Start, der schafft eine 100.000er Leitung im Schnitt zur Verfügung zu stellen, nach eben Katar. Ja, und damit auch weiten Abstand, das stelle ich gerade hier fest, da kommt ja lange, lange Zeit eigentlich sogar wirklich gar nichts, also von da sind wir da, denke ich, schon mal ganz gut aufgestellt, kommen wir ganz gut drauf schauen, hier, ja, sieht es nochmal, ja, ist auch noch ein bisschen bauzielmäßig, ja, sind sie da auch noch wieder herkommen, haben wir auch mal lange Zeitaufträge fertiggestellt und daher, das dauert noch ein bisschen, bis der Rest da fertig wird, wobei ich kann auch mal ganz kurz die letzten paar Prozentpünktchen eigentlich nochmal eben mitnehmen, hier, wenn ich sowieso schon hier sitze, kostet mich ja nicht viel und dauert jetzt auch nicht lange drei Monate, von daher kann man das nochmal eben mitnehmen, hier nochmal auch, ja, gut, vier Monate, die letzten paar Päckchen, die dann nochmal zur Verfügung gestellt werden, setzen wir nochmal her, so, passt schon, gut, das war der mediale Bereich, gehen wir weiter Richtung unsere sportlichen Aktivitäten und schauen erstmal anhand der Sommer-Olympiade, die nächste 20, nee, die nächste war 2032, achso, hier sehen wir es nochmal, okay, haben wir jetzt tatsächlich nur die relativ naheliegenden Statistiken, 2028 bei der Sommer-Olympiade haben wir 31 Medaillen geholt, 2032 waren es tatsächlich schon 44, sind damit also das zweitbeste Land, was momentan Medaillen angeht, in der Winter-Olympiade haben wir uns von 10 auf 27 gestern, sind wir auch tatsächlich die zweitbesten Nationen und im FIFA-Ranking im Fußball sind wir tatsächlich Platz 7 momentan, ja, also ist, denke ich, soweit in Ordnung, ansonsten hier Disziplin, hier setzt ja alles, weil wieder gefördert, wo es nur geht, ja, Sportstätten, wie gesagt, ist auch ein bisschen schwierig zu errechnen, aber, ja, müsste halt auch mal vielleicht mal irgendwann wieder irgendwas getan werden, aber, ja, ihr wisst es ja, Freunde, da haben momentan einfach nicht die Zeit und die Muße für. So, dann kommen wir noch ein bisschen auf die allgemeinen Informationen hier, okay, hier haben wir jetzt nochmal ganz kurz Ober-Unterhaus, jetzt relativ irrelevant, weil existent ja quasi nicht mehr, wir haben unseren Präsidenten, wir haben den Parlament, den Präsidenten des Parlaments, gut, auch 60 Jahre alt, hier sehen wir uns nochmal, Datum der Verfassung eigentlich seit 48, 1.1.48, de facto, aber haben wir ja nochmal ganz über den Haufen geschmissen, von daher, weiß ich jetzt nicht, inwiefern man die zählen kann, hier nochmal schön die römische Flagge wählt, denke ich, auch soweit in Ordnung, so, Startsüberhaupt, da können wir vielleicht nochmal nachschauen, gibt es hier noch was Interessantes, hier sehen wir unsere Popularitätsrate, okay, Kommunikation, in Ordnung soweit, Ergebnisse, nächste Wahl, alles sehr relativ zu sehen, alles sehr relativ zu sehen, ich sollte nochmal einen Arzttermin machen, fällt mir gerade ein, das wollte ich ja nochmal, hier, zack, mache ich nochmal einen Arzttermin mit unseren Aldo Caspoco, 52 Jahre alt, ja, unsere Ehefrau mittlerweile auch 49, hier die gute Claudia, aber, ja, passt soweit, das denke ich in Ordnung, das ist jetzt Bereich Staatsüberhaupt, Bereich Kabinett, gibt es, denke ich, nicht viel zu tun, Bereich Parlament, gibt es, denke ich, auch nicht viel zu tun, hier seht ihr es ja nochmal, hier sehen wir tatsächlich aber nochmal eine interessante Statistik, die Anzahl der Gesetze mittlerweile seit dem Amtsantritt, haben wir 140 Gesetze durchgebracht, Freunde, ja, sieben wurden abgelehnt, damals noch zu Zeiten, wo wir halt, ich glaube, diese ersten sieben, das war auch ganz, ganz viel hin, das war damals mit der Machtübernahme zusammen, wo ich ja das Parlament ja unter meine Fittiche bringen musste, da waren auch die sieben abgelehnt und kamen daher, aber auch 140 Gesetze sind, denke ich, auch 15 Jahre, ich denke, das ist auch eine gute Anzahl, ich denke, es ist auch wichtig, dass man da so ein Medium findet, ähm, man kann natürlich ein paar Reformen und grundsätzliche Arbeiten anstimmen und entsprechend auch ordentlich was an Gesetze auf den Weg bringen, ist ja auch ein bisschen ein Arbeitsnachweis, aber ich finde, wenn man auch zu viele Gesetze macht und zu viel dran rumfuscht, vor allem auf kurzer Zeitbasis, ist das dann auch vielleicht ein bisschen purer Aktionismus, deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen, dass man sich da einigermaßen ordentlichen Status quo behält, beziehungsweise halt das macht, was man machen möchte und was gemacht werden muss, aber es halt nicht übertreibt. So, ich denke, das ist so ein bisschen nochmal ein guter Punkt da angeht. So, gehen wir auf Diplomatie. Hier sind wir dann unsere Hauptverbündeten, wir haben auf der gesamten Welt, Südsudan, Angola, Ägypten, Äthopien, Irak, Tatschikistan, Kasachstan, die Mayotte, Martinique und französisch-Guyana-Inseln, beziehungsweise Festland, das sind tatsächlich so unsere groben Allianzen, die wir jetzt hier unternahmen. Hier seht ihr es nochmal auch, ähm, hier die Allianzen nochmal auch wirklich die Allianzen sind, hier mit Ägyptenwesen ist keine Aggression, das sieht soweit ganz gut aus. Ein Punkt, den ich mir so überlegt habe, eigentlich, da wir ja jetzt relativ gut fertig sind hier oben in Europa, können wir uns eigentlich demnächst mal überlegen, ob wir nicht demnächst mal auch ein paar Verbündete uns ein bisschen in Europa suchen gehen, weil wir haben ja de facto keine weiteren Expansionspläne mehr und einige Staaten sind ja auch wenig betroffen von uns, also ich meine Irland und Schottland haben von uns profitiert, Tschechien sind wir zum Beispiel nie groß angegangen, Slowakei nie groß angegangen, Polen nie groß angegangen, das sind schon so Staaten, ich denke, da kann man eigentlich demnächst mal versuchen, mal ein bisschen ein paar gute Beziehungen mit denen aufzubauen, ja gut, Moldawien, Ukraine, da sind wir halt noch nicht durch in der Ecke, das geht vielleicht noch nicht ganz, aber auch so Schweden, Norwegen, das sind so Staaten, da können wir sich vielleicht demnächst mal versuchen, ein bisschen gutzustellen, ein paar weitere Verbündete zu finden, einfach so ein bisschen unser diplomatisches System weiter zu entwickeln, das kann eigentlich nicht schaden. So, hier haben wir jetzt nochmal dann die Entwicklungshilfen, Beitrag an Milliarden bezaubertan 28 Milliarden, insgesamter Beitrag an so internationalen Hilfen, das ist denke ich schon in Ordnung, haben jetzt hier nochmal ganz kurz, okay, hier gibt es hier keine guten Grafiken, alles klar, ja, hier sind Katastrophen, hier haben wir Entwicklungshilfen, hier können wir nochmal ganz kurz sozieren, also unsere größten Entwicklungshilfen, 3 Milliarden an Kenia, 2 Milliarden an Niger, 1 Milliarde, hier nochmal ein paar Milliarden reingepumpt, also, ja, vor allem, Kenia profitiert stark von uns, Kenia und Niger, das sind so die beiden Staaten, die hier massiv von uns abkassieren, kommen wir ganz kurz gucken, wo haben wir die denn eigentlich, Kenia und Niger, ja, jetzt müsstest du mal ein Afrika-Experte sein, also Niger weiß, ich, Niger ist ungefähr hier, Niger kriegt von uns 2 Milliarden, das ist dann auch schon ein guter Teil ihres Gesamt-BIPs, von daher, die leben dann wahrscheinlich dadurch ganz gut, Kenia, Kenia war hier hinten die Ecke, genau, Kenia, hier kriegt 3 Milliarden, ja, gut, ist denke ich nochmal eine schöne kleine Stütze, 3 Milliarden, das sind so, oh, 2% auch des gesamten BIPs, der wird tatsächlich da nochmal schön reinbuttern gehen, ja, lebt sich, denke ich, ganz gut mit uns als kleine finanzielle Unterstützung, als kleine finanzielle Hilfe kann man sich, denke ich, nicht beklagen. So, da haben wir jetzt nochmal die UN hier, die UN können wir ganz gut gucken, haben wir ein paar temporäre Mitglieder, gut, wir sind natürlich übrigens, glaube ich, gar kein Mitglied, wo sind wir noch Mitglied? Gute Frage eigentlich, eher wie römisches Imperium, Russland, ich glaube nicht, na, ich wette mal, wir wissen, wir sind bestimmt mal irgendwann rausgeworfen worden, wo sind wir dann hier, äh, Südkorea, S, oh Gott, Russland, römischen Imperium, doch, wir sind tatsächlich sogar Mitglied, ey, wir sind sogar Mitglied, ja, dann kann man demnächst, denke ich mal, auch mal die permanente Mitgliedschaft mal verlangen gehen, wa? Machen wir kurz, wer verlängte Mitgliedschaft, das hieße, ah, gut, okay, haha, gut, China könnte vielleicht so mal geschafft werden, aber wir sind momentan mit Russland auf so schlechten Fuß, die gelingen ja auf jeden Fall ihr Veto ein, nee, das können wir vergessen, auch wenn die Amis nicht unbedingt per Du, von daher, ähm, ja gut, müssen wir vielleicht nochmal anstehen oder so lange hinten anstehen lassen, bis wir, äh, zumindest diese Russland-Geschichte geklärt haben, danach kann man sich vielleicht darum nochmal kümmern, beziehungsweise dann für bessere Organisationen, für bessere Beziehungen nochmal Sorgen dahingehend, das habe ich jetzt vergessen, ansonsten, IWF sind wir auch noch mit drin und wir sind bei der Weltbank auch noch mit am Start, ja, ist, denke ich, soweit in Ordnung, ähm, passt soweit, ansonsten, was war das gerade gewesen, Sekunde, was haben wir hier, äh, Statusgeberquote schwach, kann man die Quoten irgendwie erhöhen, nö, ich denke nicht, ne, wir können die Quoten denn die informative nicht erhöhen, hm, naja, gut, okay, dann lassen wir es mal so stehen, ähm, dødødødødødødødødødødødødødöö, sonst noch hier irgendetwas relevantes, ja, Organisationen, Annokornationen, Neueorganisationen ist nicht, glaube ich, das, wo ich jetzt gerade hinterher muss, politische Parteien gibt es de facto momentan, ach, es gibt ja auch immer nur zwei, das stimmt, die Rechtskonservativen, da war ja auch wieder so ein bisschen problematische Buggeschichte, glaube ich mit, die waren eigentlich verboten, aber sind halt trotzdem irgendwie existent, egal, so Gewerkschaften haben wir, ist ja gut es gibt ja halt noch die Allianz-Gewerkschaft hier vorne insgesamt ist das, glaube ich eine Einheitsgewerkschaft, muss man ganz gut schauen ist das eine Einheitsgewerkschaft, ja genau es ist eine Einheitsgewerkschaft, also das ist die Gewerkschaft aller Gewerkschaften, Allianz der Gewerkschaften, genau, da arbeiten sie alle mit im Bereich der Verbände, ich glaube die sind noch relativ frei genau, also Verbände habe ich jetzt tatsächlich werden toleriert und überwacht, also da haben wir tatsächlich den Überwachungsstatus drüber aber wir haben jetzt ja nur, glaube ich, genau die Pazifisten, die Homosexuellen verboten, aber das auch nur aus einfachen Gründen, von wegen Anti-Aufstandsbewegung etc. pp da hängt jetzt nicht damit zusammen, dass ich jetzt unbedingt diese Homosexuellen-Vereinigung, die Pazifisten verbieten wollte, nee, das war denke ich schon so dementsprechend in Ordnung dann weiter geht's mit den Religionen, Freunde, ach ja genau Staatsreligion, vielleicht auch nochmal so ein interessantes Thema wo wir uns mal unterhalten müssen ähm, genau, Religion, wir können ganz kurz gucken wir haben jetzt genau vier Religionen, katholisch, orthodox, äh, muslimisch, evangelisch das sind so die vier Hauptreligionen hier, können wir jetzt kurz gucken, also natürlich ganz klar, römische Pychogen, sehr katholisch geprägt auf jeden Fall immer noch, 81% Katholiken, liegt natürlich damit zusammen, hängt damit zusammen, wir haben viel Südeuropa mit drin, da ist natürlich auch viel Katholiken-Status ich bin ja selber übrigens auch Katholik by way ähm, also viel römisch-katholisch da mit bei, 81% absolute Mehrheit ansonsten haben wir 9% an Religionen und Atheisten wir haben 3% Muslime, wir haben 4% Orthodoxe und wir haben 1,5% Protestanten insgesamt in unserem Imperium, ja die Protestanten natürlich wahrscheinlich großartig über England dann noch mit zu verrechnen, die, ähm, Muslime natürlich jetzt über die neuen Staaten hier jetzt unten im Süden mit dabei und was war es noch, die Orthodoxen, das kommen wahrscheinlich dann hier über diese Balkan-Ecke da sind noch ein paar Orthodoxe auf jeden Fall mit bei genau, ich denke, so setzt sich das Woundabout zusammen die ganze Religionsgeschichte hier macht Religion, ja, haben besonderen Status noch momentan in der Gesellschaft ja, haben halt mit Rom auch direkt halt den Papst hier vor unserer Haustür quasi von daher, ja, ist das momentan noch so gegeben, wie es gegeben ist kann man eigentlich auch mal drüber nachdenken, weil laizistischer Staat passt das so richtig zu Rom ich meine, Götter gab es ja auch immer so ein bisschen ja, die Verbindung ist schon noch da ey, lassen wir mal so stehen ansonsten haben wir auch Schlüsselfiguren und Verbände hier gut, okay, dann haben wir das soweit geschafft dann haben wir jetzt tatsächlich alle Statistiken jetzt durchgeklonert und, ähm, ja ich sehe gerade 20 Minuten Woundabout damit verbracht also hier nochmal eine neue Folge für aufzumachen war doch die weise Entscheidung war doch die weisere Entscheidung auch weil ich damit jetzt nochmal unseren Freitag ein bisschen belegt habe setzen wir das mal ganz kurz nach was ich jetzt als nächstes nochmal eben ganz kurz machen möchte ist nochmal auf jeden Fall den Arztbesuch mit reinnehmen und, ja, dann einen Haken jetzt quasi hinter die ganzen Statistiken hier zu setzen die wir jetzt hier alle reingeprügelt haben weil ihr hier noch sehen könnt, wir haben jetzt noch einige Sachen noch nebenbei abgearbeitet klar, das hat man auch mal gesehen oh, die Kreuzer und Fregatten sind da alles klar, sehr schön also hier wieder ein bisschen militärische Aufrüstung die jetzt ein bisschen durchgekommen ist sehr gut das freut mich auf jeden Fall das heißt, wir können mal kurz nach der Flotte gucken die wir jetzt hier soweit noch durchhaben und da haben wir jetzt tatsächlich einen Arzttermin da wollt ihr auch nochmal hinterher viele frei sie sind gut in Form ja, also es steht auf jeden Fall noch ganz gut um uns das Arzttermin, wie er angeht also, ich sag mal so ab 60 sollten wir da tatsächlich mal ein bisschen noch öfter gucken aber ich denke 55 ist noch auf jeden Fall in Ordnung denn man hat auch noch ein paar Jährchen so, wie gesagt, ist es ja nicht so, dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz nach der Armee was hat denn das jetzt hier gesagt was hat das jetzt hier gebracht wir haben jetzt insgesamt 200 Kreuzer sehr schön also die Marineaufrüstung ja gut, bis auf Flugzeugträger halt und gut, die Atome wutschen auch noch aus aber wir sind da jetzt schon mal ein Stückchen vorangekommen das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett ja, wird aber auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit brauchen bis das halt alles soweit fertig ist gut dementsprechend würde ich sagen machen wir heute mal ein bisschen kürzere Folge gestern äh, gestern, vorgestern genau, vorgestern die Folge ist ja ein bisschen länger geworden dementsprechend machen wir heute mal eine kürzere 20 Minuten ja, muss heute denke ich mal reichen das heißt aber, ihr wisst Bescheid also dann haben wir jetzt die Statistikengeschichte mit den Folgen 100 und 101 abgearbeitet und dann nächstes Mal also mit der Folge 102 geht das normale klassische Gameplay wieder weiter heißt, ich bedanke mich die ganze Zeit draußen bei euch fürs Zusehen ich hoffe, euch haben die Statistikfolge ein bisschen Spaß gemacht alles, was ihr noch an Kommentare, Anregungen etc. nachschießen wollt wie gesagt, immer gerne reinkrachen ich freue mich über jeden Kommentar lese mir alles durch und beantworte auch relativ vieles ähm, momentan ist es so zeitlich ich beantworte momentan nicht immer alles so, sondern also ich sag mal 80%, 70 70, 80% der Kommentare kriege ich momentan beantwortet ich denke, die Quote ist immer auch relativ gut gibt auch YouTuber, glaube ich die beantworten da in der Tendenz sehr weniger von daher lassen wir das nochmal so durchgehen ja, war es nochmal von meiner Seite aus für heute ich bedanke mich wir sehen uns dann aber auch schon direkt zum Sonntag wieder bis dahin also euch einen schönen Tag halt die Hörnsteif haut rein und ciao hat dir das Video gefallen und würdest du da gerne mehr von sehen? oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können